Ich habe in Wolfenbüttel bei einem relativ großen Unternehmen Konstruktionsmechaniker gelernt. Habe dort vorzeitig dann nach zweieinhalb Jahren ausgelernt und bin da mit sehr guten Leistungen rausgegangen. Meine Meisterausbildung habe ich jetzt beinahe abgeschlossen. In wenigen Monaten habe ich schon meine Abschlussprüfung. Ohne Stipendium hätte ich die Meisterausbildung finanziell gar nicht stemmen können. Deshalb bin ich sehr glücklich darüber und war natürlich auch sehr bemüht, dieses Stipendium zu bekommen. Weiterbildung ist der Grundstein zum erfolgreich sein, erfolgreich im Beruf sein. Und wenn man jetzt ein Stipendium im Rücken hat, was einem sozusagen den privaten Druck nimmt, hat man natürlich auch den Kopf frei, um sich von ganz darauf zu konzentrieren und sich natürlich dann auch seinen Weg in die Zukunft zu ebnen.